Mein Pferd, ah. Aber mein Pferd da. Mein Königin da. Jetzt mein Bauer. Du bewegst die ganze Zeit nur einen. Du bewegst auch nur einen. Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu 2v2 Bad Wars, aber in Star Wars Style. Manche von euch haben schon mitbekommen, Freunde. Man kann ja mit der Spitzhacke jetzt auf Range kämpfen. Das bauen wir hier mit ein. Und dann Jojo hat das für uns mit eingebaut. Und wir haben hier verschiedene Klassen, Freunde. Sturmtruppler, äh, Kopfgeldjäger. Burak? Ist das ein Star Wars Charakter? Chewbacca, Han Solo, Boba Fett und Jedi, Freunde. Ich würde sagen, wenn euch sowas immer gefällt, Like und Abo dalassen, Freunde. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. Ich werde noch nicht starten, die sind noch nicht fertig. Warte, warte. Und. Das Ding ist Burak ist safe mit Raketen. Burak ist safe mit Raketen. Ich nehme Han Solo, Digga, weil meine Hand ist Solo. Ich nehme Chewbacca, Digga, weil... Weißt du, warum? Oha, hä? Tschüss, Digga. Ey, warte mal, ich habe gar keine Spitzhacke. Oder haben nur bestimmte Klassen Spitzhacke. Äh, Yeti oder so. Ah, Yeti-Ritter, Digga. Ein Yeti, Digga, ein Yeti. Oh, aber ich habe Granatas und ihr wisst, bei mir ist immer Trefferei. Ich schwöre, ja. Oh, David hast du nicht gerechnet, Digga. Man nennt mich auch Han Solo, Digga. Patz, 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 Junge. Wo ist D-King? Keine Ahnung. Ja, wo bist D-King? Oh, er schießt auf mich von irgendwo? Ich weiß nicht. Wo ist D-King, hä? Ist irgendwo oben oder so. Safe Call. Egal, lass ihn machen. Ich kämpfe gegen Dings. Jojo, nice one. Tja, Jojo. Er ist bei mir, er ist bei mir, André. I don't care. Zieh durch. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ich bin mein Bett. Ich hau kaputt. Peng, peng, peng. Auf dein... Kann ich nicht. Ado, pass auf. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Oha, was ist das für eine wilde Waffe? Gewinne, gewinne. Wo sind die, wo sind die? Die kommen, die kommen. Ich bin Boba Fett, weil ich bin Fett. Hä? Digga, ich spiele nie wieder Han Solo den Spast, Mann. Digga, ich spiele jetzt Yeti. Komm, ich bin Boba Fett, André. Ich spiele es, das wird es jetzt, Digga. Oha, Mann, ich habe nur Spitzhacke. Späti-Ritter. Bats. Oho, oho, Ohne, war zu wild, Digga. Ey. Oha, er schießt drauf, der ekelhafte. Ohne, Mann. Du musst definitiv da. Ich bin da, ich bin da. Er hat gut jetzt. Er hat gut jetzt. Der Yeti. Komm, ein Yeti, André. Ich habe kein Yeti, Digga. Schönes Ding. Ey, das Ding ist, wir haben gar keinen Spitzhacke, Ohne, Mann. Ja, wir bauen auch keine. Ja, nur der Yeti-Ritter. Mir die Ritter. André, mach ihn weg. Er ist C4. Er ist gut, geht er mit. Ich mache 20 Schaden mit Spitzhacke, das war's. Aber von Fernkampf, Freunde, wie ihr sehen könnt. Bam. Gib ihm. Ich glaube, der ist one oder so. Ich sehe nichts, Digga. Komm schon. Ich habe ihn, ich habe ihn. Schönes Ding. Geh mal in diesen Teich, geh mal in diesen Teich. Okay, ich bin im Teich. Warum schimmt man da drinnen? Okay, sag mal wilde Klasse. André, ich sage dir ehrlich, du musst Burak nehmen. Du musst, nein, nein, du musst Burak nehmen. Der Jäger hat gar nichts. Er hat keine Spitzhacke, nichts. Okay, ich nehme Kopfgeldjäger. Oh, Burak ist zu krank, Digga. Ich bin Sith Trooper. Komm, er hat gute Hits, André. Gib ihm, Jäger. Digga, er hat so gute Hits, das... Warum habt ihr alle Jetpacks? Oberfett? Oberfett, weil er ist fett. Warum habt ihr alle Jetpacks und nicht? Er ist da oben, der Eklige. Ich sehe nicht, Digga. Mach Angriff auf seinen Arsch. Ich pushe von links. Er kommt. Oha! Digga, ich habe mich todesweggelasert, Digga. Nein. Neue Regel, weil sonst wird das nichts. Immer, wenn ihr stirbt, Klasse wechseln, weil ihr spielt die ganze Zeit nur die gleichen, Digga. Ich bin doch nicht klasse. Lüge nicht, ich spiele Chewbacca. Ich spiele mein Müll. Hä, Chewbacca ist ja Todesmüll. Und nochmal Müll. Ich spiele jetzt aber. Patz, Patz. Oh je, die ist ja übel. Ja, das war... Du musst noch viel, viel mehr Leben. Oh, shit. Komm, Jojos. Junge. Intense Fetzerei. Nein. Taking down. Komm, geh bisschen noch zurück. Andres muss gestorben sein. Oh mein Gott. Tschüss. Okay, André. Okay, André. Du musst vor. Wir haben keine Zeit mehr. Zeit ist vor fünf Minuten. Wollner Mädchen, let's go. Okay, wild, Digga. Egal, Freunde. Wir starten kurz neu. Okay, jetzt können wir neu starten. Let's go. André. So, jetzt haben wir endlich Zeit, Freunde. Tschüss. Da kam direkt ein Schrott. Ich gebe uns Dinger. Ah, ich bin fast, ich bin zack. Der Push, Bruder, der Push. Okay, 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 komm. Der Push. Ich habe jetzt alles gesmoked. Rogued. Ja, die schießen random. Sie wissen nicht, wo wir sind. Wo sind sie? Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Ja, ich sehe nichts mehr. André, zieh. Ah, ich könnte auf die Minikarte gucken. Minimap. Taking. Camp. Camp. Er hat miesen Headdy. Ich lasse ihn so leben. Oh, du mal. Er ist lowlife. Ich lasse ihn so leben. Ja, ja, ja. Lass ihn leben. Ich hau auf ihn. Hau, hau, hau. Ich hau auf ihn. Okay, ich kill ihn jetzt. Kill ihn. Nein. Schönes Ding. Zieh, 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 zieh. Nein, nein, nein. Ey, Jungs, guck mal. Ich spiele ihn gleich schon. Ich denke, es muss Jojo. Ich habe Angst ein bisschen. Ich respawn, ich respawn. Warte, 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 warte. Ist er hier? Ja, der King ist hier. Oh, Junge, warum verwirrst du dich so? Ich muss trotzdem respawn. Warum? Okay, weil Jojo bei uns kaputt macht in der Zeit. Ich mach D-King weg, André. Ich hasse die miese Shots. Ich habe keine Klasse mehr. Jetzt. Gestorben. Klappt, André, soll ich kommen? Alles gut, alles gut. Er hat gut angehauen, aber er ist low life. Ich bin down, André. Nein. Wie viel Schaden hast du gemacht? Aber gut gedamaged. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei 3. Hab ihn, hab ihn. Nein, nein, nein. Wir haben noch 4.000. Wir haben noch 3.600. Ich glaube, er hat C4 gegen geworfen, Digga. Komm, komm, nimm das. Freunde, C4 ist die Meta. Das haben wir gerade im Cut rausgefunden. Ist so. Nimm das, nimm das. Was ist das? Das ist das. Komm mit. Jalla, abwarten. Oh, okay. Das ist strong, Digga. Komm. Das ist strong. Oh, du bist gut angeschossen, Ode, Mann. Sag dir eigentlich. Du bist echt gut angeschossen. Digga fast down, oben beim Orb. Hab einen, down, hab einen down. Digga oben rechts, Digga oben rechts, beim Orb. Okay. Er macht auf keinen Vermoves. Digga down, Digga down. Oh, 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 nice. Okay, lass das fahren. Oh, Digga hat einen miesen Shot. Hab Digga hochgezogen. Ich hab fast auf dich geschossen. Komm. Hab ihn, hab ihn. Tschüssing. Nice. Okay, rein. Oh, 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 oh. Unten ist Dings. Hab ihn, Double Hit. Ja. Oh, guck mal, hier sind sie vier. Junge. Die haben uns. Oh, mein Gott. Digga. Wilde Tactics. Wer war das? Safe nicht D-King, dann frage ich. Safe nicht D-King. Das war ich. Er spielt seit drei Runden schon die gleiche Klasse. Nice. Ihr klein Pizzo. Oh, ich hab ihn. Oh, oh. Habt ihr das gesehen, Freunde? Das war das krasseste. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Doch, geh ins Wasser. Oha, er hat mit Kohle auf mich geworfen, Digga. Ich bin tot. Nein. Bist du ins Wasser gegangen? Doch, oft. Ja, ja, ist ins Wasser gegangen. Was ist das? Bro. Ich bin Kopfgeldjäger. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das bringt gar nichts, oder? Kopfgeldjäger hat einfach gar nichts. Einfach Hand, guck mal. Ja, ich fetz gegen zwei. Soll ich noch nebenbei gucken, oder was? Warte, guck einfach. Ich zieh. Glaub mir. Ne, du bist nutzlos, Digga. Das ist einfach Odobahn-Klasse. Du bist nutzlos. Ja, ich hab hier schon zwölf Leute gekillt. Ich hab Kohle. Und mein Auge fängt anzubrennen. Und ich rieche irgendwie so Grill draußen. Ich glaub, die machen Feuer, deswegen brennt das. Er hat durchgespielt. Er läuft immer wieder in die Klasse rein. Er kriegt wieder Leben zurück. Wo willst du hin? Wo willst du hin, Karna-Man? Der King hat schon wieder die Taktik gemacht. Der hässlige. Er hat Müllwaffe. Ich kann einfach an ihm vorbeilaufen. Er trifft eh nicht. Der King, wir finischen das, Digga. Wie finischt du das, Digga? Aua! Also, pass auf. Pass auf, Digga! Jürgen hat auch für euer C4, ihr Ekligen. Okay, macht die ganze Zeit so mit uns. Ihr wollt das so mit uns, Digga? Dann mach ich das so mit euch. Warte ab, warte ab. Ich hab nämlich jetzt einen kleinen Trick herausgefunden. Ja, ich weiß welchen sogar. Ich sag aber nicht, weil ich will nicht wissen. Weil das wissen. Was? Weißt du, was der King macht? Er denkt, er ist cool, ne? Ja, ich weiß, was er macht. Er nimmt mehrere Klassen. Ab, Jojo. Ich weiß, ich sie gar nix, André. Ich sie gar nix. Ich laufe auf dem Mini-Kart rum. Warte, ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, okay. Ich hab Übersicht. Warte, ich glaub, wir laufen falsch. Digging läuft zu uns. Ich komm. Ich laufe nicht zu euch. Ey, ich schieße dich dabei an. Bist du doof? Das bin ich nicht. Junge, diese Waffe ist OP. Er ist fuck, Digga. Ich bin ins Wasser gelaufen. Ey, Trommelgewehr ist so broken. Sie macht einfach auf Fernkampf 20 Schaden die ganze Zeit. Fuck. So 15 bis 20. Digging, bitte mach das nicht. André, bleib unten. Du weißt, du machst meinen ganzen Dings damit kaputt. Bleib unten. Oha, Chima mit... Warum macht Kohle 20 Schaden? Ey. Denkst du, du bist cool oder was? Oh, das C4 geht weg, wenn man stirbt. Okay. Das Ding ist, Freunde, wir haben im Cut schon gesehen, das C4 macht über 1000 Schaden auf der Kugel. Das heißt, man müsste eigentlich nur mit C4 rüberfliegen. Ich schwör. Drei Randschweißen und ein Ding ist vorbei. Aber wir machen das eigentlich ohne. Ja, Jojo muss auch treffen, Digga. So ein Ding ist das. Guck, ich zeig euch mal, wie OP die Waffe ist. Guck mal, oh, du mal. Ich mach so 10 bis 15 Schaden, ne? Ja. Von hier, mit Pumpgun, Trommelgewehr. What the fuck? Auf beide, auf beide. Oh, ich bin tot. Aber die Waffe ist wirklich broken. Was hat sich Fortnite dabei gedacht, Freunde? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wasser. Aber die auch, Digga. Alles gut. Hä? Ist das verbuggt, Freunde? Oder spiel mal bitte gleich die Trommelpumpe? Ah. Ich spiel gleich. Okay, D-King. Warum bist du so? Du wolltest meinen Kollegen anschießen. Und einen von uns bandet keiner wie ein Hund. Oh, oh, oh. André, er ist auf Baum. Er ist auf Baum. Er ist auf Baum. Wo, 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 wo? Hier oben. Hä? Ich bin todeslos, Digga. Jemand schmeißt dich mit Cola ab. Wecken Muppen. Man kann ihn nicht treffen. André, bleib. Du stirbst. Du stirbst, André. Du stirbst. Nein. Oh, weggeslidet, Digga. Wie in Instagram. In die DL. Oh, mein Gott. Ich bin fast da reingesprungen. André ist bei mir. Lass Burak. Lass noch mal Burak nehmen. Okay, ich push, André. Ich push. Oh. Yes. André, du musst eigentlich dreimal Klasse schon gewechselt haben. Digga, du auch. Was lügst du? Nee, was lügst du? Jojo ist hier. Ich bin da. Ich bin da. Mach kaputt, mach kaputt. Vorsicht. Ich wechsle dich selber Klasse nicht. Ich darf Tiki. Du machst das, du machst das. Er kommt. Er kommt hinter dir. Nein, ich bin tot. Aber wir haben gut angehauen, Digga. Okay, ich muss jetzt echt Klasse wechseln, Freunde. Aber die Waffe macht unnormal Spaß. Schieß einfach auf Fernkampf. Deswegen habe ich mich gefragt, weil manche YouTuber das hochgeladen haben, dass die Waffe Sniper und Pumpkan gleichzeitig ist. Und das stimmt halt wirklich, Digga. Hä? Was ist Sif, Digga? Sif? Sif ist auch Dings. Sif ist Sif. Sif ist auch Dings. Nur in schwarz. Digga, was? Was suchst du da, Digga? Digga, nur die dunkle Seite. Ey, jemand hat auf eklige Rauchgranate hingeworfen. Ich komm, André. Lassest du, du bist cool mit deiner Rauchgranate. Auf einmal Digging 500 IQ geworden. Sonst ist mal kein Brain, Digga. Aber bei der Aufnahme auf einmal der klügste von allen. Schon wieder, schon wieder. Jo, es hört auf mit euren Rauchgranaten. Ich sag's euch. Down. Schönes Ding. Easy, easy. Vorsicht. Digging fliegt. Digging fliegt da. Wo, wo, wo? Mit Jetpack zu uns, glaube ich, irgendwo. Ich vertraue in dir. In dich. Was sagt mein Tier oder nicht? Ja, er ist oben. Er ist oben. Oh mein Gott. Okay, ich halte Jojo. Ich halte Jojo hinten. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe Freespot, Ohloman. Du hast das, Ohloman. Du hast das. Ich habe das. Ohloman hat's nicht. Ohloman hat's nicht. Ich habe das. Bist du gestorben? Nein, nein, nein. Ich habe das. Jojo ist bei mir. Digging lebt noch hier. Ich lasse ihn auf Zeit, dass du Orbs nehmen kannst. Nein, er hat Trommelpampurak-Klasse genommen. Aber jetzt kann ich es dir auch wieder nehmen. Ich habe kurz was anderes genommen. Ich kann jetzt auch endlich wieder nehmen. Nein, kannst du nicht. Doch, klar. Für dich ist verboten. Für dich ist verboten. Okay, für mich verboten. Ich mache jetzt euer Bett kaputt. André, ich muss defen. Du musst jetzt durchziehen. Okay, okay, okay. I try my best. Ich gebe dir Rückendecken. Oh, wilde Beulerei. Verspannte Basis. Okay, Ohloman, jetzt geht's los. Okay, ich schaffst du es alleine. Digging macht irgendwelche... Hab ihn, hab ihn. Bad ist kaputt. Okay, 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 okay. Die haben jetzt noch beide ein Leben, ne? Ja. Ist kaputt? Nice. Hä? Das kam einfach so zwei Minuten später, Digga. Schon lange? Ich weiß. Ich weiß, weil Dicke macht hier gerade eklige Taktik. Okay. Jojo kommt auch zu dir. Ich versuche auch zu kommen. Ja, der macht gerade übel die ekligen Taktik. Digga, er schießt irgendwo durch Fenster, der eklige. Ja, unten nochmal eklig. Wo ist er, wo ist er? Ich bin tot, André. Nein. Er macht übel den ekligen Modus. Ey, hier ist alles stuck. Alles Dings, unsichtbare Wand. Ach, Digga, ich kann ja nicht rum. Bro, er hat kaputt. Nein, er ist kaputt. Wir haben beide nur noch ein Leben, Odomann. Aber die auch, oder? Die auch, die auch. Okay, die auch, die auch, die auch. Einer ist oben. Ich sehe die ganze Zeit, wie er wechselt. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Pass auf, D-King fliegt nach links. D-King fliegt nach links. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Jojo, miesen Damage. Ja. Verfolg ihn, verfolg ihn. Verfolg ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß, was du vorhört. Er will Klasse wechseln. Ein Hit, ein Hit. Bitte. Let's go, Digga. Okay, D-King noch noch. André. D-King macht irgendwas Ekliges, Digga. Auf einmal ist er Dings geworden. Ganova, Digga, der Bank ausräumt. Ich schwöre. Ja, wo bin ich jetzt wohl noch? Sonst hat er eine Banane in der Hand, Digga. Und weißt nicht, was er machen soll. Aber jetzt auf einmal. Okay, D-King. Du willst das in meinen Place, Digga? Er ist in irgendeinem Busch. Er ist in irgendeinem Busch. Er macht Heiden Sieg, der Eklige. Oder ist das Jojo dahinter? Er ist hier, er ist hier. Oh, ich sehe ihn. Er hat die ganze Zeit daneben geschossen. Hab einen Hit. Hab noch einen Hit. Er kommt drauf. Er geht hoch. Er ist oben. Wo, wo, wo? Nein. Down, Digga. Hast du ihn gekillt? Let's go. Das war wunder gewesen. Freunde. Ich weiß nicht, wie ich das Video nenne, aber es war wild. Wenn ich das Ganze gefeinern, morgen kommt ein neues Folge. Neue Folge. Ne, witzig. Ich hab mich versprochen. Ah, Odomar verspricht sich an 200 Mal. Wir sehen uns morgen. Ciao.